Was können Sie tun, wenn es mal mit den Zähnen einen Notfall gibt? Nun, nehmen wir mal an, es ist ein Zahn ausgeschlagen worden. Da ist wichtig, dass Sie den Zahn nur oben an der Krone anfassen, denn die Zahnwurzel selber ist sehr empfindlich. Spülen Sie den Zahn mit Milch ab oder sonst auch nur mit Wasser, denn häufig ist er dann schmutzig geworden. Der Zahn muss feucht gehalten werden. Ideal ist der Mund des Betroffenen. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen nicht geht, legen Sie ihn in Milch oder heben Sie ihn eventuell auch in Wasser auf. Und dann ganz schnell zum Zahnarzt, denn wenn man sehr schnell dort ist, kann es sein, dass der ausgeschlagene Zahn wieder eingesetzt werden kann. Was ist mit abgebrochenen Zähnen? Nun, auch hier ist Eile geboten, denn es besteht Infektionsgefahr. Das Innere des Zahnes liegt eventuell offen, es könnten Bakterien eintreten. Das kann gefährlich werden. Lassen Sie möglichst schnell den Zahnarzt schauen, was genau los ist, wie groß der Schaden tatsächlich ist und nehmen Sie auch das Bruchstück mit zum Zahnarzt. Das kann eventuell hilfreich sein. So, und nun die Zahnschmerzen. Die können sehr, sehr viele mögliche Ursachen haben. Eventuell und im einfachsten Falle auch nur, dass harte Speisereste zwischen die Zähne gekommen sind oder zwischen Zahn- und Zahnfleisch. Es können aber auch Entzündungen vorliegen oder unentdeckte Brüche oder Löcher im Zahn. Nun, spülen Sie zunächst mal den Mund aus mit warmem Wasser, vielleicht sogar mit warmem Salzwasser. Das kann manchmal Speisereste entfernen. Vielleicht nehmen Sie auch Zahnseide dazu. Wenn es sehr weh tut, können Sie womöglich äußerlich mit Eiskühlen nötigenfalls auch ein Schmerzmittel nehmen, aber sicherlich nicht langfristig. Suchen Sie möglichst bald den Zahnarzt auf. Ich glaube, das werden Sie schon freiwillig wollen, wenn es richtig weh tut. Der wird Ihnen helfen und der weiß, was zu tun ist. So, und damit auf gute Zähne!